Hallo und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf dem Finanzverdi-Kanal. Ich bin Finn und beschäftige uns heute mal mit den drei Aktien Delivery Hero, Alibaba und Lufthansa. Beziehungsweise erst mit Lufthansa, dann mit Alibaba. Trotzdem zwei von den drei Firmen haben heute schon über 5% gemacht. Also wirklich Top-Performance für den Tag zumindest gesehen. Deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Ich glaube es wird auch ein ziemlich interessantes Video. Wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt einmal runtergehen, kurz ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr, seid mal auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon sofort an. So, als allererstes sprechen wir mal über Delivery Hero. Meiner Meinung nach eine ziemlich interessante Firma. Wie gesagt, absolutes Zukunftsunternehmen. Geht im Endeffekt, ist eine App für Essenslieferungen. In verschiedenen europäischen Ländern tätig. Eigentlich inzwischen schon weltweit tätig. In Afrika, Asien auch zudem. Und jetzt gab es eben die neue interessante News, dass sie eine Mehrheitsübernahme in Spanien haben. Denn was auch, wo sie auch schon seit längerem investiert sind. Und zwar Glovo ist ein Konkurrenzunternehmen. Mit dem sie jetzt nochmal 39% knapp tauschen wollen. Beziehungsweise die Aktien von Glovo gegen Eigenaktien austauschen werden. Und dementsprechend dann eine Mehrheitsbeteiligung von über 80% an Glovo hätten. Also sozusagen mehr oder weniger das Unternehmen besitzen. Der ganze Deal wären dann insgesamt knapp 790 Millionen. Das würde zugrunde legen, dass Glovo aktuell eine Bewertung von 2,3 Milliarden hätte. Das muss man ganz klar sagen, unterstützt natürlich insgesamt nochmal die Marktstabilität von Delivery Hero. Die im Endeffekt einfach nochmal ein großes Konkurrenzunternehmen rausgenommen haben. Was natürlich nochmal interessant wird. Wo ich mir auch nochmal vorstellen könnte, dass Delivery Hero dann vielleicht wirklich auch nochmal hier kurstechnisch gesehen nochmal ein Stück nach oben im Endeffekt zurücklegen könnte. wäre meiner Meinung nach ganz klar, wenn eben die Zulassungsbehörden für diesen Deal auch zugestimmt haben. Denn vorher müssen ganz klar natürlich noch mehrere Behörden verschiedener Länder zustimmen. Ob dieser Deal denn auch wirklich, sag ich mal, nach Kartellrecht, nach europäischem Kartellrecht und so weiter zulässig ist. Trotzdem, wie gesagt, meiner Meinung nach erstmal ein relativ starker Deal. Klar, natürlich auch jetzt nicht sonderlich günstig für Delivery Hero. Aber man will natürlich wachsen. Man will gegebenenfalls natürlich auch kleinere Konkurrenten vielleicht eben genau so in den Konzern aufnehmen. Um im Endeffekt ja einfach eine breitere Masse noch abzudecken. Chart-technisch gesehen muss man ganz klar sagen, Delivery Hero hatte natürlich hier gerade während Corona einen massiven Aufwärtstrend seit längerem. Also jetzt seit knapp Anfang 2021 in einer Seitwärtsbewegung, die jetzt wie so ein kleines, wie ein größeres Descending Triangle nach unten ausgebrochen ist. Price Target rein chart-technisch gesehen für dieses Descending Triangle wäre dementsprechend hier irgendwas zwischen den so 62, 63, 65 Euro. Das würde auch bedeuten, dass wir hier genau auf diese kleine Konsolidierung in unserem großen Abtrenn-Channel hier nochmal fallen könnten. Halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Gerade wenn jetzt vielleicht nochmal bei dem Deal irgendwas schief gehen sollte oder irgendwas, weil hier wie gesagt einfach nochmal ein schönes Trading-Gelum drin ist. Wäre nochmal ein schöner Support, den man nochmal ankästen könnte. Wenn das jetzt gleich mal glatt durchgehen sollte, die nächsten Quadratzahlen stimmen sollte, muss ich aber ehrlich sagen, ist Delivery Hero für mich ganz klar Favorit. Das vielleicht hier einfach nochmal diesen wichtigen Widerstand bei 104 Euro nach oben hin zu durchbrechen und dann wirklich hier vielleicht die Rallye sogar weiter fortzuführen. Und klar haben wir natürlich hier dann noch, sag ich mal, noch diesen abfallenden Resistance und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für unumgänglich, dass wir hier diesen Bounce auf den 73 oder halt den 74, ja 73 oder 64 sehen. Das ist meiner Meinung nach absolut nicht erzwingenswert, gerade weil Delivery Hero eben weiter eigentlich ganz gute Zahlen abliefert, ganz gute Unternehmensstrategien abliefert. Und deswegen meiner Meinung nach auch durchaus interessant bleibt. So, nächstes Unternehmen, was wir uns anschauen wollten, ist Lufthansa. Lufthansa ist ja wirklich von Corona ganz, ganz stark getroffen gewesen über die letzten Jahre jetzt. Und ja, das sieht man natürlich auch charttechnisch gesehen. Wir hatten hier, ja ich glaube es ist nicht mal der All-Time-Health, aber wir hatten hier Kurse von 22, ja zu 21, 22 so Mitte 2018. Und jetzt sind wir eigentlich permanent so maximal mal bei 8, 9 Euro gewesen. Also wir sehen schon, Minimum 50% Kursverlust von vor zwei Jahren oder irgendwas hat man hier eigentlich immer. Trotzdem muss man ehrlich sagen, Lufthansa hat inzwischen hier einfach eine ziemlich valide Support Zone aufgebaut, die wir vorher auch schon hatten, die jetzt einfach noch vielfach bestätigt wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich jetzt wirklich langsam mal ranwagen wird bei Lufthansa und hier versuchen wir diese einzelnen Resistance nach oben hin zu durchbrechen. Klar, die Aktie ist im Endeffekt einfach extrem geschwächt. Sie hat es oft nichtmals geschafft, bis zu ihrer Hauptresistance dann hier im Endeffekt zu kommen. Hier wurden dann nochmal tiefe Resistance Linien angeeignet, hier dann eben das gleiche wieder. So haben wir natürlich inzwischen eine massive Resistance über uns. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn Lufthansa es jetzt schaffen sollte, sich von Corona zu erholen und so weiter und so fort, ist natürlich eine Bewertung von 7,3 Milliarden echt nicht sonderlich hoch. Trotzdem muss man leider auch wiederum dazu sagen, dass Lufthansa einfach jetzt, also vielleicht kurz noch, warum Lufthansa jetzt heute so gut performt hat. Das lag daran, dass der City Group Analyst das Kursziel auf knapp 7,50 Euro gesetzt, was dementsprechend natürlich noch ein ganzes Aufwärtspotenzial hatte. Und was auch bedeuten würde, wenn wir die 7,50 Euro erreichen würde, dass wir zumindest mal die ersten zwei oder die erste Resistance Linie hier nach oben hin durchbrochen hätten. Und dementsprechend würde das für mich ganz klar bedeuten, dass Lufthansa einfach mal hier wieder das Potenzial nutzt, vielleicht aus diesen Resistance hier rauszubrechen. Und dann wäre für mich das, also sag ich mal, wenn wir durch diese ganzen Resistance hier durch sind, wäre das erste wirklich richtig wichtige und langzeitlich wichtige Preistarget dann hier natürlich die 11 Euro. Aber ganz klar, natürlich darauf kommt es jetzt ein bisschen noch an, wie sich Corona entwickelt, wie sich Lufthansa entwickelt. Denn man muss auch ganz klar sagen, dass zum Beispiel jetzt das neue Risikoranking sozusagen von, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das Unfallforschungsinstitut heißt. Hier, J, A, C, D, E, C, ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Ist jetzt auch nicht ganz wichtig, aber im Endeffekt geht es darum, dass halt bewertet wurde, wie sicher sind die einzelnen Airlines im Verhältnis zu, wie viele Flüge haben sie, bla 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 und sonstigen Kriterien. Und da muss man ehrlich sagen, hat Lufthansa verhältnismäßig, gerade auch im Vergleich zum letzten Jahr, extrem schlecht abgeschnitten. Sie sind, glaube ich, auf weltweit Rang 17 gelandet, hinter Ryanair, hinter eigentlich allen möglichen Fluglinien, auch in Europa sind sie, glaube ich, nur Platz 15 geworden. Also selbst Ryanair ist eher eine günstige Flugair-Line, wo man vielleicht davon ausgehen würde, dass vielleicht irgendwelche Sicherheitsmängel bestehen, aber anscheinend, zumindest laut diesem Gutachten eben nicht. Und da ist es natürlich dann schon ein bisschen erbitternd, dass dann Lufthansa auf Platz 17 landet, hinter Ryanair auf Platz 9. Also zumindest in meinen Augen. Und da muss man halt auch wirklich sagen, ist dann halt die Frage, ja, wie im Endeffekt das Management damit umgeht, dass sowas vielleicht dann einfach besser wird. Weil ganz ehrlich, ja, ich glaube, die meisten Passagiere setzen schon durchaus auf Sicherheit und gerade in den kommenden Jahren wird es vielleicht auch einfach nochmal ein Stück, ja, interessanter für die Leute, welche Fluglinien sind vielleicht die sichersten oder welche nicht. Und dementsprechend muss man einfach schauen, dass bei Lufthansa, dass man das alles auf dem grünen Zweig wiederbekommt. Aber prinzipiell, wie gesagt, charttechnisch erstmal alles im grünen Bereich. City Group jetzt auch erstmal die Prognosen angehoben. Also erstmal eigentlich alles ziemlich gut aussehen. Trotzdem muss man jetzt natürlich schauen, ob wir es hier schaffen werden, aus der ersten Resistance beispielsweise mal hier vielleicht nach oben auszubrechen und dann wirklich 7,50 Euro sehen. Okay, so, als letztes wollten wir jetzt nochmal über Alibaba sprechen. Alibaba ist ja wirklich phänomenal abgestützt seit dem All-Time-Hive am 28. Oktober 2020. Insgesamt durch Regulierung der chinesischen Regierung, durch, ja, im Endeffekt spekulative Angst der Investoren vor Regulierung der chinesischen Regierung, vor Regulierung der amerikanischen Regierung. Aber zum Beispiel auch, dass man chinesische Aktien nicht mehr kaufen kann oder solche Sachen. Also da gab es wirklich viel, viel, viel Spielraum. Jetzt geht es zum Beispiel aktuell noch darum, dass beispielsweise aktuell viele ADRs in Hongkong-Shares umgewandelt werden, sozusagen also in reale Hongkong-Aktien. Im Endeffekt werden diese ADRs, diese, ja, im Endeffekt umfunktionierten Aktien umgewandelt. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen den Rahmen hier sprengen, das nochmal zu erläutern. Aber, was man dazu einfach sagen muss, bisher war das immer, sag ich mal, so ein kleines Signal, dass Alibaba es eben vielleicht noch nicht ganz aus der Korrektur geschafft hat. Man muss jetzt auch mal zum Beispiel hier sagen, ganz kurz, vielleicht mal uns den amerikanischen Chart anschauen. Sehen wir auch sofort, dass hier es gar nicht so gut aussieht. Hier klar, in Deutschland sind wir jetzt zwar knapp 5,6% nach oben gegangen, aber am amerikanischen Chart sehen wir eigentlich schon, so super toll sieht das jetzt gar nicht bei Alibaba aus. Gerade wenn jetzt, sag ich mal, noch mehr Misstrauen in diesem Markt entsteht, muss ich wirklich sagen, halte ich es für relativ kritisch bei Alibaba. Allerdings muss man jetzt auch sagen, Alibaba ist einfach schon extrem, extrem stark korrigiert. Und dementsprechend sind wir einfach aktuell in diesem schönen Support-Bereich hier zwischen unseren früheren All-Time-Highs, beziehungsweise früheren Konsolidierungen, früheren Resistance-Bereichen. Also hier sehen wir schon, wir haben ja aktuell ein schönes Trading-Volumen, was uns im Endeffekt auch den Halt gibt, dass wir jetzt hier schon so ein bisschen konsolidiert haben. Und solange wir nicht unter die 96 Euro fallen werden, muss ich wirklich sagen, wäre ich bei Alibaba jetzt gar nicht weiter bearish und würde hier irgendwie davon ausgehen, dass es weiter runter geht. Sondern, dass wir vielleicht hier einfach etwas weiter konsolidieren, bis vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen der Investoren wieder da ist. Und dann sehe ich hier ganz klar wieder großes Aufwärtspotenzial für Alibaba. Denn man muss ehrlich sagen, Alibaba ist einfach eine große Firma, die wirklich zahlentechnisch gesehen eigentlich gute Umsätze, gute Gewinne schreibt. In Zukunftssegmenten tätig ist und dementsprechend hat die Firma natürlich viel Potenzial. Trotzdem muss man ganz klar sagen, das Risiko mit China und so weiter, hatten wir schon oft genug besprochen, ist immer gegeben. Und dementsprechend muss man einfach vorsichtig sein. Trotzdem würde ich sagen, das war es für uns heute im Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, unbedingt einmal runtergehen, den Channel hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nichts mehr. Sonst natürlich gerne ein Like oder natürlich einen Kommentar lassen, was ihr von den Aktien so haltet, wo ihr denkt, dass Alibaba ein Lufthansa oder natürlich auch Delivery Euro hingehen könnte. Ich würde sagen, das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.